So, dann gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Ach so. Ich hätte da gar nicht so rumeiern müssen. Gut. Hab noch ein bisschen mehr mit dem Zug gekriegt. Moment. Ich könnte jetzt weiterfahren. Och, wisst ihr was? Ich fahre weiter. Ich habe jetzt keine Lust. Da gibt es ja nur wieder Abmutation und dies und das. Ich muss ja auch nicht mehr mit dem Zug die Hälfte. Ich werde das nicht mehr mit dem Zug aufgehauen. Ach, ich kann hier durchfahren. Weißt du, dann mach ich das auch. So, lassen wir uns nicht mehr rufen. Ja, die Fahrerei kann langsam aufzählen, das hier. Oh, jetzt hängt er schon wieder fest. Was ist das denn? Hoch. Huh? So. So, jetzt kann ich widersprechen. Oh nein, der kann widersprechen. Was waren das für komische Raumschiffe? So, ui. Was haben wir denn hier? Hä? So, weg mit der Batterie. No? So. So, ähm, okay. Hier muss ich durch. Da hinten beginnt der nächste Abschnitt. Da führt ein Stromdinger dahin. Das heißt, ich brauche eine Batterie, die hier irgendwo rumsteht. Juhu. Da ist sie. Oh, die war jetzt... Die war aber jetzt wirklich sehr schwer zu finden. Ach, da ist noch ein... Fehlt noch einer. Okay, na gut. Dann wollen wir mal den Tag nicht vor dem Abend loben. Wo ist die nächste Batterie? Aber die dürfte auch nicht schwer zu finden sein. Oder? Die nächste Batterie? Das hier sieht aus wie ein kaputtes Haus. Ach, guck mal, ich kann hier durch. Ja, ja, ich muss noch eine Batterie finden. Ist doch klar. Bin doch nicht blöd. Batterie! Wo bist du? Hier drunter. Hahaha! Ich bin so ein super Typ. So. Na bitte. Na komm. Nächster Abschnitt Aber ich höre jetzt auch auf Ich muss nämlich morgen wieder früh raus Und deshalb Genau, kommt jetzt Ladedaten Und dann mache ich jetzt auch Ende Ne? Damit das klar ist Oh, Viertel vor eins Viertel nach sechs klingelt der Wecker Ich bin so doof Vor allem, weil es guckt kein Mensch zu Das ist ja das Tragische dabei Oh, da ist der Leuchtturm Endlich mein Ziel erreicht So Aber Das machen wir Nein, ich gehe jetzt nicht rüber So, und jetzt beende ich das Let's Play Und beim nächsten Mal geht es beim Leuchtturm weiter Tschüss So, und schon geht es weiter Nahtlos Ich finde übrigens hier die Intro Bilder ganz cool Anti-Eliade-Rising habe ich nicht eingeschaltet Wie man sieht Mal gucken, ob ich das Irgendwie einschalten kann Weil das sieht ja nicht gut aus Wo wir schon mal dabei sind Video Fortgeschritten Texturdetails Sollen wir die mal was höher setzen? Welt spiegeln Alles spiegeln Achso, empfohlene Einstellungen für System Na gut Na egal, kommt Leute Mach mal leid Weiter hier Soundlöscher Ich war beim Leuchtturm Angelangt Na dann Mal gucken, was jetzt auf uns wartet Diese ganze Sandbaggy-Fahrerei War ja ein bisschen Hey, over here So, jetzt gucken wir erstmal Was es hier alles gibt Ne, ja, richtig Kam durch Wir haben einen Radio-Chatter Sie suchen deine Fahrzeuge Schau dir in die Garage Ach ja, komm, ich tue ihm den Gefallen Ups Und dass er unverwundbar ist Ist ja wie bei GTA, ne? Ach, da ist die Tür Warum redest du zweizügig? Hier kommen die Dropships Hier geht's Hier geht's Du weißt? Da ist Ihr Wie geil Ich gehe mal weg hier. Was machst du denn? Stöhnt den Bauchschuss. Wie dreist! Ah, ich kann es nicht. Oh, ich hab ja kaum noch Energie. Nee, das geht nicht. Ah, sorry. Danke. Danke. Oh, nur noch vier bis zum Teint. Jetzt bin ich aber wirklich so gut wie hinüber. Scheiße. Wer ist denn wo? Ach, wer ist denn da? Ach! Scheiße! Some in your, no! Ich bin zu mir hier... Ach, ach! Das ist ein neues Spiel. Ich bin zu mir hier... Ich bin zu mir hier... Ach, ach! 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 Oh! So. M-mm, ich hoffe, das war es jetzt. So langsam aber sicher. Oh ne, komm da gehe ich direkt zum Leuchtturm, ich bin ja nicht blöd. Ah, da kommen sie schon, alles klar. Oh ne, ja.